So, ein Ei machen wir noch, da habe ich schon das Fett, ein Öl, Öl eingeben, aufgedraht und die Blumenform reingelegt. Da ist das Ei, das habe ich schon vorbereitet, ausgeschlagen in ein Glas. So, das ist jetzt schon tempuriert. Ah, das war, das war, das war, das war, das war ein Bluff. So, den Ofen habe ich schon an drauf, jetzt lassen wir das noch ein bisschen anbrotzen, dass es nicht so schlazig ist. Dann ist er fertig zum Servieren.